also ach da hier ja dann mache ich da ach verdammt das war keine gute idee dann mache ich sorry das sieht lustig aus ne ja die kommt nicht mehr raus sitzt du auch fest? ja warte ich brauche mir grad was ab verdammt das ist mein Fehler gehst du mal nach unten, ich nach oben ich bin schon oben dann gehst du nach unten ja ich versuch du mal nach unten zu gehen das geht nicht das war ne ganz blöde Idee von mir warte warte ich hab umgehe ich lass uns zusammen nach unten gehen ich wacke sie nur die ganze Zeit so hoch und runter ok warte plan ok der mega fail wir hängen in unserer Höhle fest ahja das ist natürlich auch ne gute Idee gewesen wo bist du grad gejoint? direkt wieder da wo ich Aufruf habe ja das ist schon sehr gut gewesen ich mach nicht mal den selben Fehler boah jetzt hängt das ok wir bauen nur grad Höhle alter ich erhöhe mal ein bisschen unsere Basis von hier unten werden dann alle unsere underground Missions gestartet ok? ok gut ist doch klasse oh jetzt müsst ihr mal wirklich bald oben sein ich glaub mir der ist nur 26 Blöcke tief ja aber wir waren noch verdammt tief unten nein tot? ganz knapp einen Moment Felix naja ich kann ja weiter labern nein 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 spinny ach nee die Lande sind es aufgrund zu den größten Dornen okay da bin ich wieder aber in der Zwischenzeit klären müssen auch also eine Tür krachen, bevor du hochgehst ähm, klar kann ich das ich hab kein Kugel, die ist ohne so das bringe ich dir gerne mit, aber noch schnell mach ich noch die Tür eine? ja doch so mach mal noch kannst du ein bisschen Kabel daumen geben hast du noch eine Tür? hast du noch eine Tür? ja, ich setz die oben rein ja, ok so, zufrieden mit unserer Basis, ach ach, dann nach rechts ein paar geflogen ja, ja, soll ich das? ja ach, da oben ist schon das Ende die Luft ich war schon draußen, hab schon was gebaut aber hab ich kein Kabelsturm gegeben ah ja, jetzt muss ich mal grad gucken ah ja, wir sind hier ah, da hinten sieht man unsere Werft kannst du bitte hier die Türen bauen? klar so, unsere Expedition, richtig so? ja glaub schon, andersrum alter gut so, wir gehen mal wieder runter und sind noch ein bisschen auf der Suche nach Rohstoffen ich geh jetzt erst mal ins Haus rein jo ah nein, das ist ja natürlich nicht schön aber was sehr erfreulich ist, wir können gleich unseren Hafen weiter bauen das gefällt mir natürlich sehr das gefällt mir natürlich sehr so, ich mach das jetzt einfach mal ein bisschen größer ja kann sein, dass ein bisschen Sand runterfällt ja aber keine richtig großen Blöcken dann, ne? die mir da Schaden zufügen, oder? diese kleinen Mini-Dinger hier diese kleinen Mini-Dinger hier hey, die Türen, die wir hier eingebaut haben in unserer Basis ist ganz praktisch vor der Tür steht da nämlich da draußen so ein tolles Skelett aber das kommt nicht rein kannst du mit dem Sand, der runtergeflogen ist, ähm, Glasblöcke machen? ja, kann ich wieso? dann kann ich hier oben Glas bauen naja, mach ich aber ich bin gleich fertig, ich buddel noch ein bisschen guck, das war grad grad dunkel hier war oh ja, ich hab übrigens oben, ja so wird's drin, ja so, hiermit kann ich die Let's-Play-Aufnahmen-Höhlen-Exkursion offiziell beenden für meine Begriffe hab ich jetzt erstmal genug gesammelt daraus kann man sich eine Menge, Menge bauen nee, wir müssen noch Millionen finden ja, aber die kann man doch nicht in so einer tollen Höhle finden ja, vielleicht ist das dann alles los äh, kannst du damit Glasblöcke einbauen und kannst mir noch, ach du hast, hast du unten Sand rein getan? ach, in den Ofen soll ich den Sand rein tun hast du Glas? ach egal, komm lass wir haben noch Glas ach, ich hab, ach, da unten war ja auch in den Ofen, hahaha allerdings hab ich von der Exkursion nur 62 Kohle mitgenommen ich habe 64 aber ich hab auch schon was unten verbrannt ja ja, gut also ich geh jetzt ich hab auch kaum noch Eisen, ne? mhm ich hab grad sieben Eisen also, an Eisenblöcken hab ich gar nichts mehr, aber ich hab noch jede Menge Iron O, da hab ich 59 von ok, ist falsch also, an wettvollen Rohstoffen merke ich gerade, war das ja doch nicht so so erfolgreich das war eigentlich nur so eine Steine ja gut, ich wollte ja auch Steine eigentlich holen hierfür aber ich hab mir das irgendwie ertragreicher vorgestellt aber gut, man, man soll jetzt auch nicht beklagen, ich meine ähm, 59 Eisenblöcke, also dieses Roheisen ist ja auch schon was es ist ja jetzt nicht grad wenig äh, was ich, was, 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 was ich jetzt auch dabei hab, was ich jetzt natürlich auch beenden muss, ist zack so, also das, das meist erwirtschaftet tue ich jetzt einfach mal hier oben rein, ne? mhm also Iron, Slime Balls jede, jede Menge Steine vier Leitern 22 Sticks neun Sand vier Helle Wood ne, Slime Balls haben wir hier unten noch echt, dann bring ich den mit, dann kann man somit ein bisschen Platz sparen aber wir haben nur noch, also wir haben jetzt nur viel Lava rein ja, natürlich ein bisschen wenig, wir brauchen natürlich sehr viel mehr aber ich möchte das hier nicht in dem Video, jede, 6000 Mal hoch und runter rennen das wird so ein bisschen langweilig für die ganzen Zuschauer hier seh ich schon ja, ich, ich will ja jetzt nicht die, die, die Drecksarbeit hier aufproben, aber ach, wieso ist denn jetzt hier auf einmal Wasser weg, Felix? wo du? ja hier bei unseren Wasserfällen weiß ich nicht, muss ich nachgucken so, insofern mal Wasser weg das ist ja nicht schön nein du, dann ernte ich diesen Kram hier mal lieber ab, bevor der mir hier verschwindet aber sehe jetzt auch nichts Neues hier hin also hier möchte ich gern wieder Wasser haben ja, ja, kommt sofort das kann man ein bisschen stehen lassen, sieht ja ganz schick aus ok, ich brauche noch 2 Lava rein 18 Slime Balls haben wir, das ist Respekt wo ist, ah, du hast das Wasser da oben zugebaut ach, das kam von dem Teil da? ja ach so bin ich mal wieder dran der ganzen scheiße Schuld ha, 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 ha das ist ja cool also Leute dass wir kein Wasser haben, bin ich dran schuld so, ich schlaufe die ein bisschen oh, ich habe die Befürchtung, gleich wird es dunkel aber ein bisschen was können wir noch schaffen oh, hier ist hoffentlich ja, Steine haben wir genug dabei, das ist so, und hier oben machen wir natürlich keine Fenster hin, da wird ja kaum einer rausgucken wo bist denn du? ach da ich stehe mitten auf meiner Werft schau mal, was er wieder noch? sekunde yey